Im neuen Video zeige ich euch, wie Wanda das Kompliment macht. Wichtig ist, dass sie einmal checkt, dass ich, wenn ich ihren Fuß nehme und nach hinten führe, so dass sie ihn ablegt und zum Knien kommt, dass sie weiß, dass in meiner Hand mal ein Futter ist. Das sieht man da schon schön. Manchmal checkt sie das, manchmal nicht, weil dann steht sie sofort wieder auf. Ich möchte aber eigentlich lernen, dass sie länger liegen bleibt, also länger knien bleibt und das klappt derweil noch nur mit Futter. Zwischendurch übe ich auch dann das Herkommen, wenn ich sie rufe, damit sie immer weiß, wenn sie zu mir kommt, kriegt sie ein Leckerli. Das war eine gelungene Stunde. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit ihr. Beim nächsten Mal werde ich mit ihr üben, wie man das Kompliment macht und werde von der Hilfe mit der Hand auf die Hilfe mit einer Kerte umsteigen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Hand auf die Hilfe mit der Hand auf die Hilfe.